Heute stellen wir euch einen kraftvollen Beschützer vor, den Rottweiler. Der Rottweiler entstand in Rottweil, wo sich damals die römischen und die einheimischen Hunde kreuzten. Als Metzgerhund hatte er damals eine ganze Reihe von Aufgaben, darunter das Begleiten der Herden, Viehtreiben, Bewachen von Haus und Hof, Tragen von kleineren Lasten und das Ziehen des Karrens. Wahnsinn, oder? Außerdem banden die Metzger ihre Geldbörsen dem Rottweiler um den Hals, weil sich dank seiner Größe und muskulösen Statur kein Dieb dort ran wagte. Der Rottweiler bringt nämlich bis zu 60 Kilogramm auf die Waage und das Ganze bei einer Widerrisshöhe von 56 bis 69 Zentimeter. Sein Fell ist schwarz mit rotbraunen Abzeichen. Er ist ein loyaler und tapferer Begleiter, aber Achtung! Ein Rottweiler ist nicht unbedingt für Hundeanfänger geeignet und braucht eine konsequente Erziehung. Obwohl er robust ist, kann er anfällig für Erbkrankheiten wie die Hüftgelenksdysplasie und Ellbogendysplasie sein. Kurzer Hinweis, falls du dir Sorgen um die Gelenke deines Hundes machst, dann schau dir gerne unsere Poi-Gelenk-Aktivsnacks an. Da hast du die 5-fach Wirkstoffkombination von Glucosamin, Chondroutin, MSM, Kollagen und Grünlippmuschelpulver, um Gelenkproblemen vorzubeugen. Wirkstoffkombination von Glucosamin, Chondroutin,